So, herzlich willkommen zurück zu Doom 2 Valiant und es geht weiter mit Map21 Skin Dust Trial Zone. Los geht's. Oh, pff, nochmal von vorne hier. Oh, was ist denn hier los, hey? Wir haben noch nicht mal Pistol Start gemacht, hallo? Äh, 21 so... Aha! Pistol Start ist, sagen wir irgendwie, beim... Äh, ja, irgendwie war der Schalter wohl schon gedrückt, whatever. Aber so kann ich übrigens das hier nochmal vernünftig speichern hier. Bittere Pille. Holy fuck! Mit Vial. Natürlich. Was auch sonst. Shit. Oh Gott. Die meinst du ernst hier? Ja, nee, ist klar. So, gut. Muss man den Vial irgendwie wegkriegen, ne? So, und... Au! Wo ist der Raketenwerfer? Den brauche ich jetzt. So. Alles was herkommt, wird sterben. Ist logisch, ne? Haha. Vielleicht könnte hier einer mal auf den... ...den Vial schießen. Oh. No, 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 no. Auf... Ja, 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 ja. Ja, sehr gut. Schießt immer schön auf den Vial. Ja, ja, ja. Schaltet den Vial aus. Und gegen den nicht viel unten heißt. Kommt sonst scheiße. Der kommt möglichst mal hier rum. Und der Vial ihn nicht... Äh, oh gut. Jetzt besteht das doch die Gefahr. Aber ich glaube, so weit macht er das nicht. Oh, kann der Manku nicht mal da schießen, da? Äh... Was der Hölle nochmal? Die Streiken schon so ein bisschen, ne? Hm, oh ne, jetzt kommt der Manku hier runter. Im Ernst, jetzt? Oh, im Ernst, du... Oh! Das machst du jetzt nicht wirklich, oder? Ach, du... Was macht der jetzt nicht wirklich? Uhuhuhu. Was mach ich gegen den scheiß Vial? Ich weiß es nicht. Wat? Unterlassen bitte. Ich kann dich auch verletzen. Ne, du warst das, ne? Du warst das, ja. Hab schon verstanden. Wo ist der Raketenwerfer? Ja, der Vial ist tot. Oh, der Vial ist tot. Sehr gut. Jetzt wird alles gut. Der Vial ist tot. Und da war der Raketenwerfer. Oh, Gottes Willen. Wieso finde ich das Wichtigste zum Schloss? Hm, heh, heh. Ja, wieso eigentlich? So, gut. Hi! Wir... Wir kennen uns schon, ne? Ja, sehr gut. Siehst du aus. So, stelle ich mir ein Mancubus vor. So, ja, sieht ja hier ganz gemütlich aus jetzt, ne? Dann du noch... Oh, viel zu viel. Viel zu viel rausgehauen. Ich dachte, er hat noch mehr. Und jetzt wird plötzlich alles leicht, ha? Alles nimmt irgendwann ein gutes Ende. Ja, dann können wir speichern, glaube ich. Ich glaube, wir haben unseren Einstieg hinbekommen. Also können wir ja auch uns das Recht nehmen zu speichern. So. Okay. Hier ist noch ne Rakete. Okay. Das sind noch so Hässlichkeiten von Spinnen. Kann man die... Oh ja, kann man. Ja, dann machen wir das. Hm, ich will es aber nicht alle nehmenfeuern, ne? Das finde ich schon eine super Sache. Ja, du sollst auch weg. So, was ist mit deinem Kollegen? Ist der auch tot? Hm, mach den Eindruck, weil hier läuft nichts mehr. Gut. So. Ja. Sehr schön. Noch mehr? Noch mehr, ne? Ja, noch mehr. Und der nächste Battle. Ja. Die Raketen kann ich ja schlecht mitnehmen ohne Anzug. Das ist ein bisschen ungünstig. Gut, dann... Ja, wir wollen mal schauen, dass wir die Raketen noch mitnehmen hier. Und die noch mitnehmen. Ja, Raketen ist da hier echt gut gesorgt. Ein Backpack wäre natürlich noch was Feines. So, wir haben 39 von 162 tot und drei Secrets. Er hat einige Items noch. Gibt es hier irgendwo einen Anzug, dass ich mir das auch mitnehmen kann? So, aktuell noch nicht, ne? Gut. So, den brauche ich auf jeden Fall. So, jetzt weist mal einen Ort auf von mir. So. Die Shotgun-Chester, die brauche ich in jedem Fall. Da sind wir ein bisschen knapp dran. So. Irgendwas, was man hier holen kann? Ne, ne? Aktuell nicht. So. Was bist du? Auch nix. Ah, okay. Gut, ich glaube, dann können wir bald den Schalter drücken. Aber erstmal müssen wir komplett aufgeräumt haben. Bevor ich solche Scherze mache. So. Gut. Ja, ich glaube, das sieht jetzt hier relativ gesund aus. Dann können wir es, glaube ich, mal wagen, das Ding zu drücken. Dann kommt der Schlüssel. Kommt noch mehr? Vielleicht einen Anzug bitte, dass ich da nicht irgendwie so scheiße da jetzt so... Hm. Möchten wir jetzt nicht durch die Pampe laufen? Und das ist jetzt irgendwie nicht so geil. Gibt es hier nicht irgendwie eine Lösung dafür? Für irgendwas, was mich hier... Äh, ihr schießt noch mehr Imps rum hier. Noch mehr. Ich dachte, ich hab euch. Es wird noch mehr... Nicht mehr Dinger. Es wird kein Ende nehmen da oben, hm? So. Gut. Ja. Jetzt schon komm, ich muss durch die Pampe durch. Doch, ich kann mich drum herum. Nee. Das ist echt schlecht. Finde ich ein bisschen uncool. Muss doch einen Anzug geben, Mensch. Na komm, es. Hier ist mein Anzug, den ich vermisst habe. So. Oh. Du musst weg. Ja. Mach du... Oh ey, du musst mal weg, bitte. So. Da. Ja. So will ich das sehen. So. Sehr schön. Sehr schön. Ähm. Gut. Äh, wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil... Der Anzug wird... Der Anzug wird... Sehr wahrscheinlich irgendwann auch gebraucht sein. So. Okay. Äh, du musst doch mal weg. Hab ich beschlossen. Oh shit, shit. Ah, das hab ich geahnt, dass das nicht gut gehen wird. Gut. Ich seh ja schon ein, dass das alles nicht gut geht hier. So. Geh mal her hier. So. Habe ich jetzt eine Shellbox verschwendet? Kann sein, ne? Kann sein, kann auch nicht sein. Ich hab jetzt nicht... Nicht... Auf die Anzahl geachtet. Jetzt treff doch mal, du olle Rakete. So. So. Du schießt einmal bitte mal da drauf. Ja, sehr gut. Mach die Tarkos mal bitte platt. Oh, oh. Ich hake hier fest wie sonst was. Aber ihr macht das gut. Ihr macht das sehr gut. Ja, schön macht ihr das. So, weg. Das ist munitionssparender Arbeitsweiser. So. Ah, du Arschgesichtsspinne. Wollen wir mal ehrlich sind. Sieht dein... Sieht dein Gesicht auch aus wie ein Arsch. Musst du schon zugeben, Spinne. Kannst du jetzt nicht vor ne Hand weisen. Wo sind die... Wo sind die Spinnenköppe? So. Ich möchte, dass die Spinnen mal bitte auf diese Karkos nochmal drauf schießen. Finde ich immer einen guten Zug, wenn die das machen. So. Wir gehen mal aus dieser Pump hier raus. Hau ab, Pinky. Nein, nein, nein. Hau ab. Vielleicht muss ich diesen Manko erstmal loswerden. Hau. 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 Seht ihr das wie ich gerade fail? Hau. Hau. Das ist nichts zu ver... Das ist nichts... Oh. Nichts zu übersehen, ne? So. Und alles. Hauptsächlich weil ich sie so ein geiles Infight auslösen möchte. Das hier einfach abzuschießen. aber das kennt man ja von mir das bin halt ich ne finde es halt mega lustig wenn die sich alle gegenseitig kaputt machen ich finde das ist ein gut au oh gott aber muss den spinnen aber ja ist nie ist klar und so ne ja schön wenn ich das irgendwann mal schaffe ne ich brauch die shells wie man sieht da verschwende ich nicht so ja so gut ihr seid beschäftigt ah nice 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 das geht nicht gedacht dass das da bis dahin kommt sehr gut ja der mannkuch du stehst mal ganz schnell noch irgendwas das hier her fliegt ja so einiges ne shit der hat überlebt so irgendwo ist noch ein suicide bomber ja hast du gut gemacht suicide bomber hast du hervorragend gemacht da bin ich echt stolz auf dich gut einmal mitnehmen so dann haben wir es diesmal diesmal klappt es so und dann hier hat die rakete natürlich noch zack so raketen gibt es ja hier wirklich reichlich dann mangelt es nicht gut dann kommen wir das speichern wir haben das erfolgreich gemastert hier so gut blauen kiel haben wir wir haben wieder schön viele raketen lease das gefällt mir so gut ja wollen wir das mitnehmen das kleine denke ja komm scheiß drauf so vielleicht kein 25er verschwende ist das alles gut so nur so viele monster das geht diesmal gar nicht wir anfangen können nur ein bisschen hitziger ja aber wo sind die ganzen secrets die müssen ja auch irgendwann noch kommen vielleicht sagt die map da ja schon auskunft ja sagt sie so ein bissl aber ist natürlich immer die frage wie kommt man da wieder hin ne irgendwie so der fuck ach so ich dachte ich bin die lava gefallen aber das ist zum glück nicht passiert gut äh ist da drüben irgendwo drin naja wie kommt man denn da rein das ist zukunftsmusik das weiß ich noch nicht die bfg holen wir uns später wenn das map 10 ist falls also könnte man könnte sich das ja gut vorstellen dass im letzten secret eine bfg drin steckt kennt man ja ne kann man sich jedenfalls gut vorstellen immer so was so na oh also ich möchte hier nicht in der haut der zombies gesteckt haben zwischen euch ein suicide bomber drin stehen zu haben also das sieht ja das ist das ist mutig das ist mutig das ist mutig und taktisch auch von euch jetzt nicht ganz so schlau ausgedacht vor allem dass durch das eingesperrt war zwischen euch oh no tut das denn not tut das denn not naja das war ein kurzer prozess war eine kurze diskussion so ja gut sehr schön hi jungs alles klar bei euch habt ihr auch genug raketen von mir bekommen zu weihnachten ich glaube noch nicht ne aber man kann sich ja entschuldigen und das nachholen ne nachträgliches geschenk ne soll ja jetzt keiner zu kurz kommen so bämsen und dann irgendwie nach schaltern unebenheiten in den wänden sonst was auf zur schau halten damit wir auch die secrets einigermaßen finden ne wäre schon ganz cool so wir wollen ja nicht völlig blind durchs leben laufen sooo aber ich glaube hier ist nix ich hoffe es einfach mal erst mal hm die frage ist ob man da rüber kann das würde ich mal ausprobieren das sieht ja schon so ein bisschen dann raus ne aber erst mal muss ich das ganze zeug hier mitnehmen so aha müssen wir treffen ich kann mir vorstellen dass das machbar ist es ist zwar machbar Tatsache aber bisher habe ich davon genau null schade eigentlich ne davon habe ich jetzt nicht viel ne hätte sein können hier ist auch kein schalter oder so hm schade eigentlich das ist schön sein können ne na gut ok weiter mach die Tür auf für den Zombie abschießen genau sorg mal für ein bisschen Aufräumung hier ist ein Manku schieß Manku schieß ich kann Berserk das ist voll scheiß dass ich keinen Berserk habe hm 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 der war gar nicht auf mich ausgerichtet habe ich das Gefühl hier der der war ein oh was war das denn jetzt ne will mich der Manku jetzt auch noch anpissen ne ich glaube es geht los hier ein Rucksack fände ich ziemlich cool muss ich sagen mal bitte aufgeben dankeschön du auch so da hinten ist ein Berserk die scheiß souls ne da wird man das Berserk jetzt gebrauchen können noch eine ist ein Pendelmäntel oder was ist da los so ne aber Karkus sehe ich da grad mal ja Karkus und was für ne Menge Karkus hier ne ja ja ich hab mir gedacht du fliegst immer so langsam da muss ich doch mal so ein bisschen mit dem Turbo Boosten nachhelfen ne das ist ja nun mal ne sonst kommst du ja gar nicht voran jetzt hast du grad den Himmel abgeschossen jo das hast du getan sehr gut hast du das gemacht ich bin stolz auf dich so lass das mal gut sein bitte und dann speichern wir das ja ich lade nicht weil der Mann Kubis mich eins ausgewischt hat ne 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 wir wollen ja auch ein bisschen Herausforderung haben kann ich alles immer laden das wär das wär ja doch ein bisschen dankweilig das will ich nicht immer machen nicht mehr so wie sonst nicht mehr ganz so schlimm äh man muss doch mal zu seinen Fehlern stehen ne so gut äh okay dann ja ha die Kaku ist ja reich von hier nicht oder ich mein geil wär's aber oh also manchmal unterschätze ich doch die Reichweite des Auto-Aims aber gerade soeben ne gerade soeben aber es geht na da hinten man könnte natürlich auch einfach hier hingehen und das so machen aber das wäre ja gerade zu einfach ne naja aber bei solchen Scherzen stehen wir jetzt ohne Gefahr genau und dann kommen natürlich noch diese Kollegen hier so das dürft ihr erst mal ein bisschen beschäftigt haben ja natürlich ist der Kopf da rausgekommen weg jetzt du wohl so dann diesen hässlichen aber der Kaku will will jetzt nicht so unbedingt sterben so jetzt sagen wir Miststück Kaku so dann ja ihr noch kann man echt viel mit äh Raketenwerfer erledigen Scheiß Manku lass das bleiben so der ist auch weg oh 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 die Zeit ist schon wieder seh ich gerade nicht gut wir müssen leider schon wieder aufhören äh oh 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 Jungs ich will aber wenigstens hier erstmal clean sein ja das war ne schöne Rakete er lebt ja immer noch muss ich jetzt endlich mal abkratzen da drüben na also oh was schießt denn da schon wieder rum ne Spinne ne Spinne hätte es nicht in Kopf sein können dann wäre so wie jetzt das hergeflogen ich hätte Ruhe gehabt nein das ist aber ne Spinne na gut wir speichern das jetzt erstmal und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal mit Doom 2 Valiant bye bye